Unser Ausgangspunkt für die Bearbeitung des Themas Wissenserwerb durch Kunst Education Acts ist das Publikum. Es ging uns nicht darum, Theorien zum Thema zu produzieren, sondern um die Erhebung von konkreten Publikumserfahrungen. Denn unsere These ist, dass im Zuge der Rezeption und Verarbeitung von Performances Lernprozesse im Sinn eines Making Sense stattfinden, Education Acts und Acts Educate, die wir in dieser Erhebung verstehbar und für weitere Überlegungen in Hinblick auf Ausbildung fruchtbar machen wollen. Das heißt, wir wählten eine empirische Herangehensweise, der eine theoretische und methodische Beschäftigung mit dem Phänomen in der Rezeption vorausgegangen ist.